Es gibt einen Ort in Wien, den ich besonders gerne besuche im Zusammenhang mit dem religiösen Leben. Ich gehe dort eigentlich noch lieber hin als in den großen Stadttempel. Das ist ein ganz kleiner Ort in der Grünangergasse. Man nennt das das Stiebel, sehr ähnlich wie es früher in den galizischen Städteln existiert hat. Das ist ein Ort, der ein bisschen wie aus der Zeit herausgenommen ist. Und ich fühle mich eigentlich dort wirklich am geborgensten. Das ist ein Ort, ich liebe Mario.